Jetzt hat der Saba das Bällchen. Saba, toll! Toll! Super! Du wirst den neuen Nationalspieler. Prima! Ja, komm mal bei Mama. Komm mal bei Mama, mein Schatz. Jetzt greift der Nuriyev an. Unsere Jungs sind hier sehr fußballbegehrt. Nikita geht in die Offensive. Und nun los ist der Schießrichter. Hm. Nomi! Komm! Nomi! Hast du schöne Eigelchen? Guten Tag! Guten Tag! Du schönes Kind! Wer bist du? Nuri! Du bist auch ein schöner Kind! Du bist ein schöner Junge! 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 Alles! David!